Warum es um ihn still geworden ist und was er gemacht hat an diesem Wochenende, spektakulärerweise, er hat sich von einem RTL-Exklusiv-Team begleiten lassen. Ein Bericht von Peter Konradi und Pierre N. Goma. Dr. Udo Brömme. Das Spitzenast der deutschen Politik hat sich lange Zeit rar gemacht. Grund war die Ehe mit der millionenschweren Brauerei-Erbin Ines Hackhuber. Doch eines Tages passierte das Schreckliche. Nachdem Brömme hilfsbereit die Bremsen an dem Wagen seiner Gattin geprüft hatte, nahm das Unheil seinen Lauf. Bei der Fahrt zur Fußpflege kam seine Frau Ines auf unerklärliche Weise von der Fahrbahn ab und war sofort mausetot. Ein harter Schlag, denn seitdem musste Brömme nun ganz allein über das mehrstellige Millionenerbe wachen. Gern ist er zu diesem Beruf nach Lichtenstein gefahren. Denn dort konnte die schöne Erbschaft in seiner Stiftung der Ines Foundation ein wenig zur Ruhe kommen. Doch unschöne Vorkommnisse der letzten Tage lassen Brömme an Lichtenstein zweifeln. In tiefer Sorge um sein Stiftungsgeld macht er sich auf, das sauer Ererbte bei den Banken wieder einzusammeln. Der Hang zu Diskretion und Anonymität ist dabei auf beiden Seiten stark ausgeprägt. Ich verstehe wieder mal kein Wort. Ich bin anonym hier, Sie sehen das, ne? Ja, ich habe mich... Ja? Achso, draußen warten, ja? Das mache ich sehr gerne. Ich hole ja mal. Ja? Okay. Spricht der denn auch Deutsch? Ja, ja. Okay, also nicht so... Okay, gut, danke schön. Ich warte dann mal, ne? Danke. Der Kampf um sein Geld zerrt an seinen Nerven. Die Lichtensteiner haben bei Brömme ihren Kredit verspielt. Für wahr, man kann den Eindruck gewinnen, hier haben sich zwei Länder auseinandergelebt. Ich will doch nur Fragen stellen. Ich wollte doch nur eine Frage stellen. Nein, ist okay, bitte. Hallo? Nein, Dr. Udo Brömmes Entschluss steht fest. Die Liebe zu dem alpenländischen Zwergstaat ist erloschen. Zeit, ade zu sagen und ein letztes, klärendes Gespräch zu führen. Und ich habe jetzt mein Geld abgehoben, mir reicht es. Ich wollte nur noch Dankeschön sagen. Ich habe keinen Spaß mehr in Lichtenstein. Macht mir keinen Spaß mehr. Das ist kein Problem. Und es ist Ihnen aber auch irgendwie egal. Dann kommt halt ein anderer. Das ist kein Problem. Ihr Unvermögen sollen Sie nicht in Lichtenstein, wenn Ihnen die Schuhe sind. Ja. Das passt dann aus. Also die Loser sitzen in Deutschland und nicht in Lichtenstein. Das ist das. Ja. Ganz schön einfach machen Sie es. Nein, das ist doch nicht einfach. Naja, aber wie... Wenn Sie es nicht in den Griff kriegen... Ja, selber schuld. ...sollen es wir regeln in Lichtenstein. Ja, ihr sollt endlich anständige Menschen werden. Noch einmal will er die Nähe der Lichtensteiner suchen. Schließlich teilt man den Zorn auf den Verräter, der mit seiner verfluchten DVD nun alle in den Abgrund zu reißen scheint. Ich werde nicht, wie er drum leinkastet. Oder ist es schon. Ja. Ja, habe ich nicht verstanden, aber war wohl ein guter Witz, oder? Nein, da wird das Gefängnis gebracht. Ja, 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 ja. Und mit den Deutschen habe ich ja gar kein Problem, dass es irgendwie schlecht sein sollte oder nicht recht, oder wie. Ich habe schon wieder nichts verstanden. Schade. Doch bevor sich Dr. Udo Brömme endlich aufmacht, genehmigt er sich ein letztes Tütchen von seiner ehemaligen Lieblingsbank. Ja, verdammte Scheiße. Mann, was soll denn das? Das ist doch auch Ihr Geld, oder? Können Sie behalten. Trinkgeld. Ja, toll ist es. Lalalalalala. Vorsicht, Mäuschen, geht los. Achtung. Tschüssi, mach's gut. Ich bin da mal weg. Nun aber schnell weiter, denn der Weg zu den Cayman-Inseln ist weit.